hallo und herzlich willkommen zu eurem wetter wir starten mit traumhaften temperaturen in diese erste mai woche hinein und erwarten nämlich temperaturen von 15 bis sogar 22 grad nur im süden könnte es sein dass es hier und dort mal schauer und gewitter gibt aber im norden ist es weitensgehend trocken denkt auch bitte immer dran euch einzugrägen denn von dieser sonne können wir jetzt auch schon den ersten sonnenbrand uns einfangen und das muss ja wirklich nicht sein gerade am wochenende beziehungsweise auch am muttertag erwarten uns temperaturen von bis zu 25 grad und da spricht man ja schon von einem sommertag und da sollten wir alle das wetter noch mal schön genießen das war es auch schon vom wetter wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen nach oben da und abonniert diesen kanal tschüss und bis bald